Heute sind wir von Bad Birnbach zum Rotzaunsee geradelt. Im Pfarrkirchener Storchennest konnten wir die Jungvögel noch nicht sehen. Im Pfarrkirchener Storchennest konnten wir die Jungwirbel noch nicht sehen. Die Lachmöwenkolonie auf dem See. Das ist das Floß, auf dem die gefährdeten Flussseeschweigen in Sicherheit brüten können. Es sind aber auch Lachmöwen von dabei. Die Lachmöwenkirchener Storchennest konnten wir in der Flusssechweigen in der Flusssechweigen. Die Lachmöwen in der Flusssechweigen in der Flusssechweigen in der Flusssechweigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017